Hallo und herzlich willkommen zu What The Fuck I Am Ich hab die Ausdauer noch nicht mal gestartet Ich hab die Ausdauer noch nicht mal gestartet Los geht's Nimmst du jetzt auf? Will ich suchen? Ja Okay gut Jetzt hör auf mal jetzt Ich muss jetzt erklären Nicht ich, Philipp erklär Nee, mach du Okay, das Spiel heißt Who The Fuck I Am Also jeder, zum Beispiel ich hab Wen hab ich ausgesucht? Ich hab Philipp eine berühmte Person gegeben Und ihr kennt ja wer bin ich, oder? Liebe Zuschauer, wenn nicht, dann seid ihr echt Hüllenmenschen Uga Uga Ich hab Philipp einen Mann gegeben Er muss jetzt Fragen mit Ja und Nein fragen Also bin ich männlich, muss ich sagen Und sagt dann Ja oder Nein Nein Ja Das war Schleck Ich hab überlegt, was ich sagen soll Lass mich erklären, ich geh auf und sag Ich hab sie erklärt Nee, ist ein Spiel, wo man einfach Bato hat Philipp einen Charakter ausgesucht Philipp muss fragen, bin ich noch nicht? Ja, Nein Wenn Nein, dann kommt der Nächste dran Jeder hat für sich einen Charakter ausgesucht Und ja, das habe ich nicht gehört Ich muss scheißegal, Spiel suchen, go! Ich hab für Niklas einen Charakter ausgesucht Und Bato hat für mich einen Charakter ausgesucht Und Bato hat für mich einen Charakter ausgesucht Ja, wir können eh schon anfangen Niklas fangt an Wer fangt an? Niklas Wen muss ich nochmal fragen? Oh ja, Philipp Ich muss noch fragen Bin ich... So, ich fang ihn hier mal an Ganz typisch Bin ich männlich? Ja Ja Ok Komme ich aus der Videospielreihe? Hm... Nicht direkt Also nein Nicht Ok I am, I am dran, I am Bin ich berühmt durch Fernsehen? Nein Ok, du bist noch Philipp Ähm... Bitte mal ein Spiel Bin ich... Real Total Ja Ok Bin ich... Männlich? Ja Komme ich... Aus einer Filmreihe? Hm... Du hast ihn viel gedreht Ich persönlich hab ihn gedreht Nein, du warst der Hauptrolle, sag ich mal so Ok Also ich... Ich komme aus dem Film Ja, aber nicht hauptsächlich Das gibt es nicht Das gibt es nicht Äh... Komme ich hauptsächlich aus einer Serie? Nein Ok Scheiß Traktor, Alter Fack Niklas, du bist da Niklas Ähm... Ok, warte mal Männlich kein... Videospielcharakter Cartoon-Charakter Also... Cartoon im Sinne... Ich bin dran Ich bin dran Was hab ich gefragt nochmal? Komm ich aus dem Fernsehen, hab ich gesagt, ja Bin ich... äh... real? Nein Nein Ok Philipp Ähm... Komme ich... aus einem Videospiel? Hm... Du hast ein Videospiel, aber du kommst nicht hauptsächlich draus Es gibt einen Film, es gibt einen Videospiel... Es gibt einen Film, es gibt einen Videospiel... Ok Aber nicht... Du bist nicht durch alle berühmt geworden Das heißt, du hast jetzt... Keine Serie von mir Es gibt auch keine Serie von dir Es gibt auch keine Serie von dir Habt ihr mich gut drauf geblasst? Niklas, du bist dran Kein Cartoon... Ähm... Bin ich Anime? Nein Auch nicht so voll Ich hatte mal keine Cartoon, was? Man hat mich nicht Ok Du bist dran, Fabto Ich bin nicht mal aus meinem Spiel Habe ich Ja kassiert, als ich gesagt hab, bin ich real? Ne Du haste Nein kassiert, was? Bin ich fiktiv, also erfunden? Ja Du bist gekriegt Hm Fuck Bin ich männlich? Hm 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 Ja Das ist ne gute Frage Ich sag dir mal Was bin ich gleich? Ich sag dir mal Ok Bin ich ne Transe? Nein Ja weil ich so überlegt hab, ne gute Frage Ich Äh Ähm Es gibt ein Film, es gibt ne Serie, es gibt ein Spiel Es gibt keine Serie Ich hab ja gesagt, es gibt kein... Er hat nein gesagt, was hat nein gesagt mit der Serie Hä? Verdrühe mich Verdrühe mich Geist du mal zu bitte? Mein Headset ist tot, tut mir leid Ok, weiterverlangen man Es gibt ein Film, es gibt ein Spiel, es gibt keine Serie Soweit korrekt Ja Ja Fuck Ich bin... Real Ja Ich bin männlich Ja Ja Habe ich Lange Haare Nein Ok Ähm Ich bin nicht aus... Ich bin aus keinem Gaming Bereich Ich bin kein... Dann bin ich... bin ich real Äh... Nein Nein Und ich hätte nein gesagt... Ja Die Person nicht Was er spielt Du hast ja... Ich bin kein Gaming Ich bin kein Gaming Ich bin kein Gaming What the fuck Da gibt's ja sonst nichts Du gehst auf Anime Cartoon Geh mal auf was anderes Ja Ich hab gesagt Anime Cartoon Was gibt's noch? Bin ich aus einer... Serie Fernse... Serie No 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 Weiter Ok Ich bin dran Ich bin keine Transe Nein, du bist keine Transe, du Arme Ja Ich... Ihr habt überlegt... Bist ich ein Mann? Dich Bin ich ein Tier? Nein 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 Halt schon wieder auf meine fremdschonpern Ist doch wurscht Nein Ich mach das jetzt auch die ganze Zeit bei euch Kann ich nicht Das heißt eine auf den Sack geht Das geht aber eine richtig auf den Sack Nein geht's nicht Wir wollen nicht Also vielleicht dir aber durch Störungen irgendwie Okay Okay Los Dann macht's zu zweit Junge und ohne mich Wenn hier schon Und jetzt spiel einfach Und nicht dass ich wieder soll Die kommen jetzt Philipps dran Ich hasse es auch wenn wir Meine Kielsen vorhörner cloud Hör Können wir weitermachen? Ja Philipp ist dran Ich bin dran Ähm Hab ich kurze Haare? Ja Hab ich braune Haare? Ja Hab ich braune Haare? Ja Hab ich... Wir haben hier einfach einen Tag gemacht Nein warte mal Ähm Ich bin fast Äh Bin ich durch... Wahrscheinlich nicht aber Bin ich durch YouTube berühmt geworden? Nein Nicht darfst du Ich bin kein Alamelli Ich bin kein Anime Ich bin kein Cartoon Zeichentrick Ich kann es... Ich bin nicht real life Ich bin gar nicht junger Du fragst hier nicht die Grundsätze Aber ist wurscht Das sind die Grundsätze Es gibt noch ein großes Großes Bereich sag ich mal Aber ich will ja nicht so viel Anime, Cartoon, Franse-Sendung Die... Die... Was... Gaming habe ich auch schon gefragt Ja Hast du dir fragt Ja Gibt's nichts Ja also ernsthaft Doch Boiler Boiler Was gibt's da bitte noch Film Was? Filme Das sind dann wenn dann auch real Charaktere Ne, das sind fiktive Personen Die... Ja ja Es sind doch aktive Personen Die ja in real life nur alles ansprechen Ist für dich Ist für dich Diese Person Existiert die wirklich? Ja Ist für dich zum Beispiel Was für ein Film gibt's Ähm Spiderman Ist Peter Parker real life? Hat er Superkräfte? Es gibt den Kerl in real life Ja ja Das ist der Schauspieler Aber nicht der Charakter Was du suchst Ja Das ist der Schauspieler Wir suchen aber den Charakter Was er spielt Und hier ist aber dann real life Aber wir suchen den Charakter Wir suchen den Figuren nicht den Charakter Enda Wir- G compliqué Stolka 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 Niklas? Du hast die Party verlassen. Warum? Keine Ahnung. Ist ja dumm oder so? Niklas, hast du ein Ding gehabt? Ja? Ein Zweckfehler. Oder Ragequid. Ich wollte dem mal was sagen. Ja ohne Vorwarn und verlassen. Ich habe gedacht Ragequid. Ja ja Ragequid weißt du. Dann bin ich halt ein Scheißfilmer armen Akkoi und was eigentlich. Ja du bist noch immer dran. Ja ich habe gerade gezeigt da bin ich halt ein Scheißfilmcharakter. Ja gut. Ist so ein Hollywood Real-Life Schauspieler Big-Foole. Ja. Ok ja weiter. Komme ich von Actionfilmen her? Ja. Na Actionfilmer. Ok. Ne. Komme ich von selber. Oh. Warto ist dran ne. Ja. Bin ich ein YouTuber? Ne. Achso entschuldige Niklas. Hä? Bin ich ein YouTuber? No. Ok. Weiter halt geht's. Ähm. Bin ich ein bekannter Schauspieler? Also. Hm. Na. Die Figur. Also. Der Typ der meine Figur spielt. Ne. Ok. Das ist mal gut. Da würde ich nur Titanic kennen. Und mehr auch nicht. Das ist dann gar nicht meiner Schwester. Da hab ich auch hingestellt. Jetzt schon. Ok. Was ist dran? Ja. Ich finde mein scheiß Charakter nicht. Wie komme ich aus dem Sport? Was? Sport. Nein. Was bin ich dran? Du hast noch nicht viel gefragt eigentlich. Ich hab gesagt Cartoon, Anime. Ich hab gesagt Serie, Fernsehen also. Da hab ich gesagt fiktiv. Also ich bin nicht real. Habt ihr ja gesagt glaube ich. Ja. Ja. Du bist fiktiv. Aber jetzt ist Philipp dran. Ja jetzt fiktiv. Kannst du mittlerweile Gedanken darüber machen. Und so wie mit mir mit dem Film Batuu. Das kommt man am Anfang drauf. Was kann ich da noch fragen? Der Film der was von mir existiert. Ist das ein Actionfilm? Nein. Geh nicht auf Film. Geh was auf anderes. Geh auf eine andere Genre. Äh ok ich bin dran. Ich bin aus dem Film Karnide. Bin ich aus. So ein Cartoon Film? Nein. Also live. Cartoon Film. Dann hätt man bei Cartoon ja gesagt. Wenigstens wer. Ok. Geh nicht dran. Geh dich ein Video spielen. Ja du bist ein Video. Ja. Also von einem Videospiel. Komm ich von. Haus Nintendo. Ja tut mir leid. Komm ich aus die Nintendo. Du hast gefragt. Hallo. Komm ich aus die Nintendo. Tut mir leid. Nein kommst du nicht Batuu. Danke. Maria. Mal hier. Ich habe jetzt gewartet. Dass Philippe es beantwortet wird. Oder ihn tut man hat gesagt. Das ist ein Ding. Wenn man irgendwie eine Frage stellt. Muss man beantworten. Ja ja. Tue ich auch wie man weiß. Ja. Komm mal jetzt. Komm. Philippe du bist da. Wenn ich von Disney. Nein. Geh nicht auf Film habe ich gesagt. Ein Tipp von mir. Bin ich ja nicht. Disney. Es gibt mehr. Was viel mehr. Ja. Videospiel habe ich nein gesagt. Genau. Das hier den habe ich nein gesagt. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ich bin ein Michael Bay Film. Aber Michael Bay ist ein Action Film. Ja. Explo... Ich wollte es sagen. Aber ich bin nicht Comedy. Nein. Also ich hätte nein gesagt. Aber ich bin auch von einem Film. Ja. Das ist klar. Ja. Okay. Dann ihr... Warte. Ich bin Videospiel. Ja. Pfff. Komm nicht auf Playstation. Ja. Gabs mehrere Teile von mir. Nein. Okay. Das kann man. Philippe ist dran oder wäre auch immer. Bäh. Nein. Okay. Das kann man. einen Tipp haben. Okay. Äh. Bereich Sport. Was? Ja. Er hat einen Tipp gewollt. Bereich Sport. Der kam in eine Film vor. Was? Er hat einen Film gemacht. Eine Dokumentation über sich selber. Über sich selber? Ja. Hä? Ich weiß nicht ob es schon draußen ist. Aber er hat den Film gemacht. In Amerika ist es schon draußen drauf. Was war das jetzt für ein Chips? Äh. Ding. Äh. Einladung. Von Freude. Achso. What? Ist es für die Probe? Ja. Für die Sport. Also ich bin ein Profisportler. Sozusagen. Äh. Ist dieser Profisportler noch aktiv oder? Ja. Ist noch aktiv. Okay. Ähm. Spiele ich in einem bekannten Verein? Vereinen? Nein. Du spielst ihnen keinen Fußball. Bekannt nicht? Nein. Also in Fußball spielst du nicht mit. Fußball nicht? Nein. Er hat Verein gesagt. Wenn dann. Ja Verein. Aber. Was versteht man uns da feiern jetzt? Der Basketball. Fußball nicht? Nein. Okay. Ich geb dir noch ein. Du bist nicht bei Fußball. Okay. Ich bin tot. Ich hilfe. Ich geb dir noch ein Thema. Du bist ein olympischer Sportler. Nein. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Okay. Sorry. Äh. Keine Action. Keine Comedy. Keine. 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 Adventure Filme gibt's noch. Philipp ich könnte ja sagen. Aber das ist dein Film. Ist eine Mitkategorie. Sagen wir es so. So super im Helden Filmen like oder? Ich sag. Philipp kann ich mal noch sagen. Es ist nicht die Hauptkategorie. Adventure. Das stimmt. Ja ist ein Nebenkategorie. Also so Adventure Comedy ist das? Wie ist das? Ja Comedy ist nicht da. Also das ist ein Malnack so. Das ist nicht die Hauptrolle. Ich versteh gerade gar nix aber egal. Naja. Es gibts schon Abenteuer. Ja. Ja. Wie eigentlich in jedem Film. Ach so okay. bin ich dann folgt aber wie gesagt mal ordnung zu verhindern video spiel playstation ps4 ja habe ich das spiel selber ich muss mal pause machen bibliothek guckt ich habe tausend spieler land ich weiß du hast mir auch sehr viele davon erzählt ist das problem ich weiß was du so in der bibliothek hast welchen multiplayer shooter nein kein multiplayer shooter ach fuck da hätte ich auch gesagt okay weiter ich bin dran also eigentlich kenne ich nur noch zwei sportler die nicht fußbar sind einer davon wäre tiger woods das ist ein tennis spieler oder? ja genau golf der andere wäre michael jordan nix von den beiden also nein ich bin dran ähm also ich bin dran ich bin kein super eigenfilm ich bin kein bin kein äh was habe ich noch gesagt äh kom romantik romantik bist du auch nicht das war nein ich bin auch ich bin auch kein comic das heißt es kann nix von world disney willst du mir wahrscheinlich geblieben haben oder ich glaube ich glaube na das ist nicht von world disney ich weiß nicht aber nein ist nicht von world disney nein das nicht ist es ein anime film bei anime ja gesagt nein ist nicht wieso ist philip reserviert philip hat das gleiche problem wie anfang verlassen ja ich wurscht ähm ja ich bin dran oder ja boah ist es ein boah ist es ein multiplayer spiel ja kann man das split screen spielen philip du weißt welche spiele ich meine kannst du mal kurz gucken ich habe was war die frage doch mal split screen die sind kann man jetzt mit blitzen sagt mir ich kann es beantworten nein fragt mich mal ich kann es beantworten vielleicht okay philip ist beantworten ich kann keine fucking sportler außer fußballer ich gebe dir so ein tipp geben ich weiß echt nicht wie ein battement damit kennst du den nicht ne kenne ich doch nicht weil er das kann leben oder ist eine olympische sportart wo er mitspielt ich habe mir doch keine olympische jetzt bin ich draußen jetzt bin ich aus soll ich sagen bei mir suchst du nicht ich komm gleich wieder bei mir suchst du auch nicht jetzt suche ich dachte ich dir heute bin ich extra rausgegangen soll ich jetzt sagen welches wen ich mein philip philip sagen wir die sportart rennen also laufen es sagt mir Usain Bolt höre ich nicht der schnellste Läufer es gibt überall den ich guck keine olympischen spiele ja musste ja nicht aber es gibt memes von denen auf youtube und es gibt ein spiel von denen auf handy kennst du tempel run ja ja und das den gibt es im spiel die hat einen eigenen film gemacht ja weiß ich das keine ahnung ich hab dich gefragt ob du ihn weißt ok bitte bist du mit draußen also ich und warte noch ja sorry philip ich hab nicht gewusst was du ihn kennst warte du bist dran mit fragen nein niklas ich naja niklas ich bin kein animierfilm oder wie wirklich ja du bist kein animierfilm ok alter was bin ich zum teufel ähm ich geburt vielleicht noch ein paar filmschauen hast du bin ich horror nein na ok warte bist du dran pato kommen paar schreckmomente vielleicht aber bleibe ich da hab ich auch Angst gehabt ähm gibts da ein level system ja wie meinst du level system einfach aufleveln oder ja also bagel of duty oder was anderes ja gibt es ich bin ich äh third person also geht es hier erst ein ne bin ich also ah third person ich hab first person verstanden ja third person ja third person dritte person hast du what the fuck warte du ja ich weiß aber was bin ich was bin ich warte du dritte person meinst du oder ja 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 also third person sicht von so oben von der schulter ja 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 weil ich verstehe du das hättest sehr wenig das dann frage ich nochmal nach ja ja das meint ich also ja oder nein ja third person das bird ja 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 komm ich aus geht ja ja aber bato ich sag ich sag dir meist gleich zum anfang du bist ein charakter du bist nicht ein spiel du bist wenn dann ein charakter ich weiß ja aber ich welches spiel muss ich wieder rausfinden oder nicht dass ich den charakter rausfinden das sind die scheiße äh also bato hat nein gekriegt von mir ja du bist dran ich bin nicht detail ich bin kein horror auf den ich bin ich open right 9 das ist kein open right ich bin ja mutter fakt das geht sie nicht wieso gta online multiple äh aber geht ja ich bin auf just course gegangen ja äh also patate nein oder ich hab nein ähm ich bin kein science fiction kenn ich den film sicher sicher ist er berühmt ja ja auch schade das wäre ein horror auch drin niklas wenn du jurassic park gesagt hast ja aber ich hab gesagt kleine schreckmomente jurassic world waren kleine schreckmomente und zwar aber doch noch klein die waren klein ja jurassic world aber jurassic park nicht ja ok aber damit fahrt die jurassic rung frei raus ok ähm dann bin ich dran ja 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 multiplayer kein open world level system third person was für ein scheiss spiel habe ich diesen charakter halte ich das schwert mit zwei händen ich bin mir überhaupt nicht sicher welches meinst du nicht dass ich kann dir helfen soll ich ja wenn du es weißt bitte also batu deine frage nochmal hält dir das schwert mit zwei händen also greift er es an ja habe ich einen helm okay das hilft mir gar nicht ich kann wieder schatten kann man immer so gibst du mir mit dem gruppenleiter du suchst nie ein spieler als ja weil ich auf kabel muss denken denken da gehen wir einfach den gruppen leute ich habe ein schwert ich habe einen helm das zusammengespült also habe ich es gespielt den charakter hat was ich habe ich von samurai ja es gibt zwei jetzt gibt es nur noch zwei bin ich fest ist zwei mitte ja ich bin ich kenshi oder kenshi oder wie auch immer ja nix ne der war nicht gemein da war sogar geil da geht muss ich überlegen jetzt geb ich passion gruppenleiter warte mal gibt's philip es hier außen du musst überlegen junge philip muss meine fragen beantworten kann ich auch ich kenne den dauer um das macht auch ja wir können ist dieser film ab 18 fangen wir mal so an warte glaub nicht philip es ist 16 magst du diesen film auch sehr ja 16 welcher film ist ab 16 amakoyum ist es irgendwie star wars mäßig wir haben nein gesagt wir haben gesagt nein ja ich geh aber jetzt mal alle drei filmen jetzt mal durch was kenne ich nicht was gibt es noch fast and the fear escape ich weiß nicht science fiction das ist action aber ja aber action habt ihr nein gesagt ja science fiction haben auch nein gesagt aber die art gefällt ihm harry potter in der art ja oh god raflich harry potter 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 okay das war's mit der farger tschüss ihr könnt ihr wenn ihr habt ihr habt 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 habt